Musik Heute findet die Abschlusspräsentation für unsere Bachelorstudierenden statt. Es handelt sich da um ein neues Konzept, was wir dieses Jahr zum ersten Mal durchführen. Und zwar sind die Studierenden Unternehmensgründer und sie versuchen dabei, ihr Wissen zum einen anzuwenden, Marketing, Finance, Personal, Organisation und das dann einer fiktiven Investorenjury heute vorzustellen. Ganz ungewohnt, nicht die typische Prüfungsatmosphäre, also mal echt eine komplett andere Situation. Das Konzept war natürlich super gut, was ganz Neues. Wir haben ja wirklich gelernt, wie man so einen Pitch in der Praxis umsetzt. Es lag eben auch daran, dass eben nicht die klassischen Prüfungsfragen kommen, die eben auf die Theorie anspringen, sondern wirklich Fragen, die auch im echten Leben gestellt werden können. Die Woche war eine gute Erfahrung, weil sie was anderes darstellte, weil wir sehr frei von Vorgaben arbeiten konnten. Ich fand das echt klasse, dass wir uns hier mit unseren eigenen Ideen beschäftigen durften. Wir saßen zusammen, haben ganz viel diskutiert, es kamen immer neue Ideen auf. Am meisten Spaß gemacht hat mir persönlich sogar die Teamarbeit. Wir wurden dieses Mal in Teams zusammengewürfelt, mit denen wir zum Teil noch nie vorher gearbeitet haben. Aber das hat super gepasst, wir haben uns super ergänzt und haben ein tolles Produkt irgendwie entwickelt. Es waren auf jeden Fall fünf sehr, sehr lange Tage und jetzt natürlich nach der Präsentation fällt einem ein Stein vom Herzen. Es war jetzt keine Prüfung, für die man lernen musste, die man jetzt abarbeiten musste, sondern es hat wirklich Spaß gemacht, auch mit dem Team. Wir haben das Konzept jetzt auch nicht so entwickelt, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nur für die Prüfung entwickelt und haben wirklich probiert, dass man das wirklich einem Investor, der jetzt auch in der Prüfung drin war, nach der Prüfung noch vorlegen könnte. Die Fragen waren kritisch und fundiert. Es war wie so ein kleines Roasting, man sitzt wirklich auf dem Grill und versucht, die Fragen möglichst gut zu beantworten. Es ist auch ein bisschen praktischer und das ist das genau, was ich an der Karte-Zeit schätze, also diese praktischen Ansätze und das bereitet uns auf den Arbeitsmarkt extrem gut vor. Dass wir wissen, wie wir uns zu präsentieren haben und wie aus einem Konzept eine ganz runde Sache wird. Auch die Dozenten hier sind alle wirklich sehr professionell und wir haben super kleine Unterrichtsgruppen. Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit. Also so als Abschluss war es schon mega interessant. Das Wichtigste habe ich hier gelernt. Ich fühle mich sicher, jetzt was zu starten.